Das Kleben von Rohsystemen aus Kunststoff ist eine einfache Verbindungstechnik im Rohrleitungsbau. Dabei müssen Sie auf Sauberkeit und Gradfreiheit der einzelnen Komponenten bei der Verarbeitung achten. Zuerst reinigen Sie die Klebestellen, entsprechend der Einstecktiefe des Fittings mit dem Reiniger bzw. Anlöser. Jetzt tragen Sie mit dem Pinsel in Richtung der Rohrleitungsachse nicht übermäßig, aber ausreichend Klebstoff auf. Beim Zusammenstecken achten Sie darauf, dass Sie die Teile nach dem Zusammenfügen nicht mehr verdrehen. Den überschüssigen Klebstoff entfernen Sie anschließend mit dem Reinigungstuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017